So, jetzt komm. Die drei Sternenpunkte hättest du mir doch noch schenken können. Ach, da hinten. Hier? Nein. Boah, die sind... Die Gegner sind überall. Die sind überall. Also nehmen wir erstmal... Ich werd hier noch drauf gehen. Training wird wohl dringend vonnöten sein. Nein, ich möchte alle auf einmal umkippen. Dann nerven die nicht mehr rum. Bumm! Ach, 15 KP. Hm, nicht so gut, würd ich behaupten. So, Barton. Zeig nochmal, was du drauf hast. Und Mario kann nochmal draufhüpfen, dann hätten wir das auch. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht wieder hinterrücks angegriffen. Gönnt mir doch mal ein Päuschen. Level up. Okay, was könnten wir denn... Mit den Blütenpunkten sind wir hier auf dem Mond ziemlich arm dran. Aber mit den KP bei Mario auch. Und Ordnpunkte brauchen wir soweit, glaube ich, erstmal nicht. Ach, komm, hier, KP. KP sind immer gut. Wie soll man dieses Vieh denn zuerst treffen? Wo ist es überhaupt? Da. Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Zumindest nicht so gut. Ja, dann nochmal. Klasse. Wie, wann war diese Technik... Ach so, weil der ist kein Bodengegner. Das ist ja doof. Das ist ja... Aber das andere Zeug kostet so viel Blütenkote. Hm. Hm. Nützt zwar nix, aber... Was soll's? Hihi. Nein. Lass das. Das geht aber auch nicht, ne? Äh, warte. Nee. Schädiggegner die Bart und direkt angreifen. Nee, wir müssen dich austauschen. Das hat ja hier keinen Zweck mit dir. Dann einmal den hier. Ui. Brauchen wir zwar nicht, aber ist jetzt auch egal. Ich hasse dich. Na gut. Und du machst... Power-Douts. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, sich mit einer Attacke fertig zu machen. Bestimmt gibt's noch andere, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Ich darf das. So, her damit. Ach, guck mal. Da hinten müssen wir sowieso hin. Aber es geht trotzdem noch weiter. Und da ist noch ein Gegner. Ich tausche mal wieder aus gegen Bart um. Hallo. Hehe. 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 Oh. Hört doch auf mit diesem Kruzibatenkack. Ich find das voll doof. Ehrlich jetzt. Das ist nicht nett. Hihihi. Hui. Tadisch. Ah, diesmal will ich eine Insigniere. Ich hasse euch. Na gut, dann eben nicht. Ich möchte mal wissen, was dann nochmal passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Oder nicht mehr. Oder haben wir das schon mal geschafft? Drei Insign... Guck mal. Ha. Drei Insignien zu sammeln? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das füllt dann alles nochmal auf, oder? Also die Karpie, die Blütenpunkte, das war zu weit vorne. Und so. Na also, wusste ich es doch. Aber ich möchte auch wissen, was hier rechts noch ist. Lauf doch mal schneller. Lauf schneller. Was ist hier? Wer hätte es gedacht? Hier sind Gegner. Ui. Weißt du was? Ich hab Lust darauf. Wie ging das nochmal? Das war mit den Tasten. Hier ist X, da ist Y. Okay. Konzentration. Das war mit dem. Das ist jetzt so toll! Wollen wir uns aufhören? Wollen wir uns aufhören? Wir werden uns aufhören! Wollen wir uns aufhören? Wir sind so toll! Ja, ich beruhige mich dann auch mal wieder. Her mit dem Zeug. Naja, 580 Münzen schon. Sogar mehr. Da habe ich auch was gesehen. Ein Gegner. Ach, wir schalten den einfach mal aus. Ich wollte eh trainieren. Dann müsst ihr halt mal kurz mitleiden. Wutbeben finde ich übrigens auch ganz toll. Kriege ich das? Darf ich das haben? Bitte. 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 Okay. Dann hau den doch noch mal um. Am Arsch. Und zwar auf seinem. Läuft das super. Die ersten zwei Folgen dieser Aufnahme und es wird nur gebettelt. Ja. Ja. Nein. Ach, wir haben genug Kohle. So. Ja, das kann man wegsprengen. Möchte ich gerade aber nicht. Gleich. Gleich erst. Genau. Ja. So, weil wir lustig sind, machen wir mal ein Erdbeben. Ui. 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 Das kam ein bisschen unerwartet. Äh. Ja, was machst du? Ja. Hau drauf. Ich verliere die Fassung. Ach, guck mal. No. Nie möchte das funktionieren. Und der steht doch jetzt wieder auf, oder? Ach nee, ich bin ja noch mal dran. Stimmt. Äh. Ach, schön. Ich hab grad richtig Spaß am Kämpfen irgendwie. So, her damit. Was gibt's denn hier noch? Oh Gott. Verdammt. Wie funktioniert das Action-Kommando nochmal? Ist ja auch egal. Ich hab mir nur die Füße aufgestochen. Ist ja egal. Macht ja nichts. Na? Ist ja alles halb so wild. So. Hep, hep. Ach. So, her damit. Alles meins. Alles meins. Mach das mal weg. Was ist das? Verwirrpulver. Ich hab doch keinen Platz mehr. Was man da machen? Macht größer und erhöht Angriffskraft. Da können wir aber auch, äh, Dingens benutzen. Hier geht es ja noch weiter. Ich guck mal. Hallo. Oder was? Das war gemein von dir. Das... Du hast jetzt Hausarrest. Kleiner Kirk. Ja. Du hast Hausarrest. Hä? Langsam reicht's mir dann auch, ne? Ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag mit Kämpfen verbringen. Obwohl das bestimmt nicht schlecht für unsere Stats ist. Falls man mal so ein Level abkriegt oder so. Kann ja mal sein. Au, und, halt, nein, 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 nein. Was? Wie bitte? Lass das doch mal sein. Ich steh nicht so auf Läuse. Na, nein, 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 nein. Bist du ein Doof? Ein Ham... Nein. Ich will nicht gehauen werden. Was die sich hier erlauben. So. Na gut. Wenn's weiter nichts ist. So, da sind noch mehrere Gegner. Oh, viele. Aber die spare ich jetzt einfach mal aus. Wie viele das hier sind. Und es geht noch weiter. Aber den mach ich mal platt. Ich hätte vielleicht doch in die Röhre hüpfen sollen. Aber wir müssen bestimmt noch was von hier ganz hinten am Mond holen. Ach, was ist was. Konzentrationen. Ja. 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 Ah, hier laufen so viele Gegner rum. Wir bekommen dadurch bestimmt nochmal ein Level ab. Bestimmt. So, her damit. Meins, meins, meins. 623 Münzen. Ich, ich. Es ist das ganze Spiel über. Hast du nur so ein paar Popel... Oh. So ein paar kleine Popelige Münzen. Ach, wir sind eh voll. Hast dann sogar so wenig Münzen, dass du nicht mal mehr ordentlich schlafen kannst. Und hier kann man speichern. Ach. Das sieht so aus wie am Anfang hier. Sind wir jetzt einmal um den Mond gegangen? Kann das? Ehrlich? Wir haben den Mond umkreist. Jetzt... Ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ja, er trifft natürlich, weißt du. Ey. In your face. Hä. Was ist denn heute los? Der Wetterbericht auf dem Mond ist es heute ziemlich neblig. Mit leicht Schauern ist zu rechnen. Die im... Z-z-z-z. Hör auf. Gut. Äh. Versuch mal zu treffen. Ja. Ich... Oh. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Merkt man nicht, ne? Nee. Überhaupt nicht. Na, jetzt geht's aber rund hier. Weg mit dir. Wie er mit den Füßen wackelt, ist's voll süß. Hep. Hep. Hätte ich das mal geahnt. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Da springt er einfach nicht über den Stein. Ich glaub es nicht. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Will nicht mehr kämpfen. Ich hab keine Lust mehr. Oh. Bäm. Höh. Und mein Arm tut weh. Ich will nicht. Höh. Ich will nicht. Ich will nicht. Untertitelung des ZDF, 2020